Ein bedeutender Baustein eines modernen Vergütungssystems ist die betriebliche Altersversorgung. Wir zeigen Ihnen, wie Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit zeitgemäßen Lösungen optimal profitieren. Eine betriebliche Altersversorgung, kurz BAV, ist eine sinnvolle Sache. Die meisten Arbeitgeber bieten ihren Mitarbeitern daher bereits eine an. Ob eine BAV aber zeitgemäß und erfolgreich ist, hängt entscheidend von zwei Faktoren ab. Erstens, sie muss dem Unternehmenserfolg dienen. Das tut sie, wenn sie dem Arbeitgeber hilft, gut ausgebildetes Personal zu finden und zu binden. Eine erfolgreiche BAV stärkt das Image als attraktiver Arbeitgeber. Zweitens, sie muss den Bedürfnissen des Mitarbeiters entsprechen. Genauer, sie muss ihm finanziellen Spielraum im Alter ermöglichen. Und das mit einer Lösung, die genau seinen persönlichen Rendite- und Sicherheitserwartungen entspricht. Aber nicht jede einmal eingeführte BAV erfüllt heute noch diese Anforderungen. Denn die Zeit ist nicht stehen geblieben. Was hat sich für Arbeitgeber und Arbeitnehmer verändert? Nun, zum einen gibt es wegen des Geburtenrückgangs immer weniger junges, gut ausgebildetes Personal. Die Guten können sich ihren Arbeitgeber immer öfter frei aussuchen. Dabei entscheiden sie sich meist für das Unternehmen, das mit Zusatzleistungen wie einer BAV punktet. Aber auch für Mitarbeiter wird betriebliche Altersversorgung immer wichtiger. Denn auf die gesetzliche Rente allein ist künftig kein Verlass mehr. Auch bei höheren Einkommen nicht. Hinzu kommt, herkömmliche sichere Sparformen erwirtschaften heute immer weniger Zinsen. Mit der Folge, dass so mancher Zukunftstraum platzt. Oder deutlich bescheidener ausfällt. Gut beratene Arbeitgeber machen daher ihr betriebliches Vorsorgeangebot jetzt fit für die Zukunft. Mit den vier Hebeln für eine moderne und erfolgreiche BAV. Erster Hebel. Den Rechtsanspruch des Arbeitnehmers erfüllen und die Entgeltumwandlung zusätzlich fördern. Mit der Weitergabe der Sozialversicherungsersparnis schaffen Arbeitgeber einen zusätzlichen Anreiz. Ganz einfach. Ganz kostenneutral. Zweiter Hebel. Arbeitgeberbeiträge gezielt investieren, um die Motivation und Bindung der Arbeitnehmer zu steigern. Dafür stehen dem Arbeitgeber zwei Varianten zur Verfügung. Entweder als Beteiligung in Form eines festen oder prozentualen Zuschusses, wenn sich der Arbeitnehmer für eine Entgeltumwandlung entscheidet. Oder den Mitarbeitern wird eine gezielte, ausschließlich arbeitgeberfinanzierte Altersversorgung angeboten. So können alle Mitarbeiter, verschiedene Mitarbeitergruppen oder einzelne Leistungsträger gefördert werden. Dritter Hebel. Moderne Vorsorgekonzepte anbieten. Jeder Mitarbeiter gewichtet bei seiner Altersvorsorge Sicherheit und Chance anders. Immer mehr Arbeitgeber ermöglichen ihren Arbeitnehmern daher neben der bewährten klassischen Anlageform auch chancenreichere Alternativen. Die vier Vorsorgekonzepte der Allianz bieten für jeden das richtige Maß an Sicherheit und Chance. Die bewährte Klassik mit Sicherheit durch eine garantierte Verzinsung und zusätzliche Überschüsse der Allianz. Perspektive mit der Chance auf eine höhere Gesamtverzinsung. Index Select, die durch die Wahl zwischen Indexpartizipation und klassischer Verzinsung Sicherheit und Chance verbindet. Und schließlich Invest Alpha Balance. Sie eröffnet durch die Wertentwicklung der hinterlegten Fonds zusätzliche Renditechancen. Bietet der Arbeitgeber mehr als ein Vorsorgekonzept an, kann der Mitarbeiter die Lösung wählen, die am besten zu ihm passt. Vierter Hebel. Gutes tun und darüber reden. Zur individuellen Kommunikation des BAV-Angebots bietet die Allianz professionelle Unterstützung. Vier Hebel. Ein verlässlicher Partner. Das ist betriebliche Altersversorgung, modern und erfolgreich. Eine gute Entscheidung für den Unternehmenserfolg und die Bedürfnisse der Arbeitnehmer. Mit der Allianz, dem Vorsorgepartner Nummer 1 für Deutschlands Unternehmen. Amen. Untertitelung des BAV-Angebots. Das ist Betracht.